Wir haben heute gewidtete Pupillen, verschobtene Selbstwahrnehmung, Halluzinationen. Aprikose. Das ist eine richtige Sucht. Also, am Eintag ist es wirklich am schlimmsten. Dann kommen die Leute in ihr gewohntes Setting und dann machen sie sich die ersten Entzugserscheinungen gemerkt. Was haben Sie denn? Daniel Klauch-Männleckl, der Preisbieter, vermutlich am Wochenende Eiskletter im Wallis. Was fehlt? Sass Balen. Hey! Wie fett! Wie rettige Solz! Im Nino Niski habe ich schon gesagt. Freunde, das gibt ein weiss Problem. Über das Bären. Habt ihr mir damals noch eingelachen? Der ist ja reken. Was trinkt man bei dieser Sportbar? Ich bin der Einzige, der das therapieren kann. Ich bin der Einzige, der das therapieren kann. Die psychischen Suchtprävention betreffen den Wallis. Diese Verbindung mit dieser, die genau wichtig ist für diese Suchtproblematik. Ein Besuch in Wallis löst einen sehr hohen Serotoninausschuss. Und wenn das Körper sich daran gewöhnt ist, dann können die Leute abhängig werden. War es noch so viel vom Rolli? Das Beste. Jawohl. Die ist ja hier. Der Schalböter. Wir haben hier wieder einen Süchtigen wie weiter vorne. Ich habe es von Anfang an gesagt. Und der Tunnel kommt. Das gibt Probleme. Und eine Stunde von Bären. Zwei Stunden von Zürich. Wallis, alle Rettungen. Und am Ende hat er versucht, er gründet das zu kompensieren. Mit dieser Brille, die wir mit den ÖTA entwickelt haben, können wir visualisieren, was für Effekte die Sucht auf die Betroffene hat. Er ist im Kursfunkprogramm. Gefahr eigentlich mit dieser Brille ist, es kann auch ein Abhängigkeitssyndrom entstehen. Aber... Dr. Schalböter, im Kreis 5 ist jemand mit der Skit-Rolltreppe runter. Dr. Schalböter, muss er drücken? Klar, klar wird es mir etwas zu viel. Ich habe in den letzten Monaten zu viele neue Klienten bekommen. Was will ich? Ich weiss ja. Ist das mein Job? Und einen höheren Zapfen habe ich auch. Ja klar, für uns besteht auch die Gefahr, wenn man so oft in Kontakt mit dem Wallis ist, dass wir auch angesteckt werden. Und es wird einfach empfohlen, einen gesunden Umgang mit dem Wallis zu finden. Du, da hinten was, was sagst du im Monat? Ich mache gerade ein Praktik-Fall. Nein, jetzt wirklich? Das hier alles hier. Ein Goldgröber. Der junge Mann, da, im anderen Raum. Ja, er war unser bester verhalten Psychologin, aber er ist leider im Kurzschwung im Fischtal stecken geblieben. Büch im Drum Ich abgeschafft das von Wie ist das? W horas hören wollen. Ehe gibt es ein Fokấn. Ein Garten. Ja, ich belki bin sicher.